Willkommen zum vorletzten Pitch des Tages und ich begrüße Samira Helbig vom People Skills Club. Hallo Samira. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wir haben uns getroffen bei unseren gemeinsamen Freunden Talents Connect und ich durfte mit dir sprechen und fand das sauspannend, was du machst. Deswegen habe ich gesagt, muss unbedingt in Elevator kommen, der People Skills Club, den du mitgegründet hast. Es geht darum, dass ihr so ein bisschen die Weiterbildung von HR-Lern, Recruitern entstauben wollt, nicht nur ein bisschen, sondern richtig und das erklärst uns gleich, wie das läuft. Warum weißt du, wie es geht? Weil du halt in Startups immer wieder Personalabteilungen aufgebaut hast und im Hypergrowth-Umfeld tätig warst, in dem man umzungen war, ganz, ganz schnell, ganz, ganz viel zu regeln und insofern glaube ich auch sehr gut weißt, was für Fähigkeiten, Wissen, Kompetenz man an dieser Stelle braucht. Insofern auch du auf dem gemeinsamen Pfad, dem Fachkräftemangel, den Kampf anzusagen. Dein Thema heute? Upskill your Recruiting, der smarte Weg, Talente zu finden und zu halten. Deine 100 Sekunden ab jetzt. Ja, vielen Dank. Ich freue mich heute, den People Skills Club nochmal vorstellen zu dürfen. Wir sind das erste Bootcamp für Recruiting in Deutschland. Und was bedeutet Bootcamp? Der Begriff stammt tatsächlich aus der IT-Welt und hat sich dort als Bildungsformat auch schon erfolgreich etabliert. Und was macht das Konzept so erfolgreich? Wir kennen es wahrscheinlich alle für klassischen Weiterbildungen oder schlechten Webinaren. Man sitzt irgendwie in der Schulung, manchmal sogar noch offline in irgendeinem Hotel, hört sich stundenlang Theorie an und dann sitzt man irgendwie am Montag wieder im Laptop und weiß gar nicht so richtig, wie man das Gelernte jetzt in die Praxis umsetzen soll. Wo finde ich diese Fachkräfte? Das macht unser Bootcamp anders. Hier wird ein starker Fokus auf den Praxisbezug gelegt und in den Trainings wird das Gelernte direkt angewandt. Ja, und das Bootcamp-Konzept haben wir eben ins Recruiting gebracht. Das bedeutet ganz konkret, wir trainieren RecruiterInnen und HR-Verantwortliche, sodass sie erfolgreich im aktuellen Arbeitsmarkt Talente finden und anstellen können. Und wie machen wir das? Wir bieten in nur drei Wochen und vier Stunden Arbeitsaufwand pro Woche komplett jobintegriert die Weiterbildung an. Also echte Erfolge erzielen wir, das verspreche ich. Und wir zeigen das, indem wir mit ExpertInnen zusammenarbeiten aus der Praxis, die direkt ihre Erfahrung teilen, ihre jahrelange Erfahrung und natürlich ihre Geheimtipps. Wir zeigen Methoden, die funktionieren, wofür es sich lohnt, Budget zu investieren. Und in Workshops erarbeiten wir konkrete Inhalte. Das Ganze findet komplett digital statt mit Live-Sessions und E-Learning-Anteilen auf unserer Lernplattform. Und aktuell bieten wir zwei Bootcamp-Fokus-Themen an. Das eine ist Tech-Recruiting als vertiefendes Bootcamp, für alle, die IT-Fachkräfte rekrutieren möchten. Und das zweite ist das Thema New-Hiring für alle, die einen Einführungskurs ins Recruiting brauchen, also neu im Recruiting sind. Ja, also ich würde mich freuen. All right. Danke schon mal, Samira. Kommt auch schon die erste Frage rein. Wie viel kostet das Bootcamp für drei Monate? Sehr konkret. Aktuell ist es in Weihnachtsaktion 989 Euro. Okay. Preisfrage war schnell weg. Das ist erstaunlich. Die kommt sonst später. Hier kommt aber noch mal eine Frage. Wie kann man sich den Aufbau der Bootcamps genauer vorstellen? Sagt ja nicht jedem, was der Begriff wahrscheinlich. Genau. Also es sind drei Wochen, wie gesagt, und drei wichtige Punkte darin. Es gibt immer eine Live-Session mit einer Expertin oder einem Experten aus der Praxis. Es gibt immer zwei Stunden Workshop. Da arbeiten wir was ganz konkret, zum Beispiel Stellenanzeigen-Check. Udo, du wirst mir nicht glauben, wie viele Stellenanzeigen immer noch furchtbar geschrieben werden. Und das dritte ist tatsächlich Lerneinheiten auf unserer Plattform. Das sind kurze Videos, wirklich ganz kurz und knackig mit Quizzes dahinter, sodass man wenigstens so einen theoretischen Unterbau bekommt. Genau. Nochmal eine Nachfrage. Drei Monate oder drei Wochen? Drei Wochen. Drei Wochen. Wir haben alle nicht so viel Zeit im Recruiting, deswegen drei Wochen. Genau. Und die Häppchen sind halt so klein, dass es in drei Wochen auch funktioniert, richtig? Ja. Und du kannst es auch gleich anwenden und die nächste Woche checken, ob es funktioniert und nicht. Also es ist wirklich sehr stark Job-integriert. Noch eine Frage. Habt ihr auch einen Fokus auf internationales Recruiting? Wir bauen es beim IT-Bootcamp tatsächlich ein. Tech-Recruiting ohne international geht nicht, aber nicht spezifisch als separates Thema. Welchen professionellen Hintergrund haben die Speaker im Bootcamp? Woher kriegt ihr die wahrscheinlich? Dann geht die Frage in die Richtung. Vielleicht will da ja auch jemand mitmachen. Ja, das auf jeden Fall immer gerne auch. Wir partnern tatsächlich. Also für das Tech-Recruiting-Bootcamp arbeiten wir zum Beispiel mit WeAreDevelopers zusammen, die auch einfach die Community der Developers kennt und owned und dazu natürlich uns sehr viel Expertise reinbringen kann. Wir mischen aber auch immer zwischen Inhouse-RecruiterInnen und Agenturen, damit man so ein komplettes Bild eigentlich davon kriegt, wie aktuell Recruiting wirklich in der Praxis funktioniert. Noch eine Frage. Wird es ein Bootcamp für Performance-Recruiting geben? Jein. Also wir machen so ein bisschen tatsächlich im New-Hiring-Bootcamp reißen wir das an. In die Tiefe werden wir wahrscheinlich so Mitte des Jahres gehen in einem weiteren Bootcamp. Hier nochmal eine konkrete Nachfrage. Wie sind die vier Stunden pro Woche verteilt? Es sind quasi Randzeiten. Also es ist entweder frühmorgens oder abends und das immer montags und freitags, sodass man quasi über die Woche hinweg nochmal Dinge ausprobieren kann und die Lerneinheiten machen. Die Lerneinheiten sind komplett digital und flexibel. Die kann man jederzeit zugreifen. Okay, weil hier kommt nochmal ein Nachfall. Gibt es mehrere parallele Bootcamps, falls man an einem Termin nicht kann? Da kann man sich dann halt nur die Aufzeichnung wahrscheinlich anschauen. Ja, also bisher klappt super, weil wir regelmäßige Termine haben und falls man mal krank ist, kann man auch die Videos nachgucken. Genau. Okay, Zeit ist um, aber hier ist noch eine Frage. Inwieweit unterscheidet sich dieses Bootcamp-Konzept von einem klassischen Coaching? Verteilung der Stunden slash Erfolgskontrolle. Schnelle Antwort, ansonsten leiten wir den Kontakt weiter. Ja, also es ist dadurch, durch das Format, das wir unterstützen, das ist kein Coaching, das wird zu krass individuell reingehen, aber das müsste ich jetzt länger ausholen. Also gerne bei mir melden, da kann ich es nochmal erklären. Genau, Samira ist super sichtbar auf LinkedIn, ist kein Problem, sie zu finden und sie freut sich über jeden Kontakt. Samira, schon mal ganz, ganz vielen Dank bis hierher. Wir sehen uns auch am Ende nochmal.